Wie ist die Friedliche Wiedervereinigung vor 30 Jahren? Das Geschenk der Wiedervereinigung wurde für die DFG zu einem Auftrag. Das Motto lautete Forschungsförderung als Gemeinschaftsaufgabe. Forschungsförderung und Wissenschaftsverwaltung konnten nun endlich zur gemeinsamen Aufgabe der Forschenden in Ost und West werden. Diese Aufgabe war derart gewaltig, dass sogar der Aufbau einer separaten Ost-DFG zwischenzeitlich erwogen wurde. Dem Gemeinschaftsgedanken wäre das allerdings abträglich gewesen. Denn neben den guten politischen Gründen sprach gerade auch die Eigendynamik der Forschung selbst für eine bundesweit einheitliche Wissenschaftsorganisation. So waren in den ersten Monaten nach der Wende gerade jene Förderprogramme besonders gefragt, die eine Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus beiden Teilen Deutschlands vorsahen. Auf diese Weise dürfte die DFG von Anfang an das Zusammenwachsen der deutschen Forschungslandschaft begleiten und gestalten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sprach 1990 auf der Jahresversammlung der DFG jedenfalls die Hoffnung aus, dass Wissen und Erfahrung der DFG von unschätzbarem Wert für die Forschung der DDR seien, damit diese bald wieder an die internationale Spitzenforschung anschließen können. Für die DFG bedeutete dies zunächst einen sprunghaften Anstieg an Förderanträgen. Und wenngleich sich die Forschungsinfrastrukturen zahlreicher ostdeutscher Hochschulen in einem desolaten Zustand befanden, so erhöhte sich durch den immensen Antragszuwachs auch die Anzahl hervorragender Anträge insgesamt. Das führte erstmals zu einem Absinken der Förderquote auf unter 40 Prozent. Mit anderen Worten, auf das gesamte Bundesgebiet gesehen, intensivierte sich der wissenschaftliche Ideenwettbewerb und beste Forschung wurde im Schnitt noch besser. Was sich im Übrigen bis heute fortsetzt, wo sich die DFG-Bewilligungsquote bei etwas über 30 Prozent eingependelt hat und wo Kooperationen zwischen allen Forschungsstandorten florieren. Die vielversprechende Entwicklung außergewöhnlich guter, erkenntnisgeleiteter Forschung an ostdeutschen Standorten mag auch anhand einiger Zahlen deutlich werden. So starteten 1995 elf Graduiertenkollegs in den neuen Ländern. Diese Zahl hat sich inzwischen mehr als verdreifacht auf 36 geförderte Grakos im Jahr 2019. Und während 1992 ein Sonderforschungsbereich an die TU Dresden ging, so gab es 1993 schon fünf ostdeutsche SFBs zu Beginn des neuen Jahrtausends gar 32 und im vergangenen Jahr erstmals 35. Und auch die höchste Weihe im deutschen Wissenschaftssystem, der von der DFG verliehene Leibniz-Preis, von dem man dieser Tage einmal mehr gesehen hat, dass er in der Tat Nobelpreis-verdächtige Forschung würdigt. Dieser Preis ist seit 1992 ganze 33 Mal an Forscherinnen und Forscher im Osten gegangen. Dennoch bestehen auch weiterhin besondere Herausforderungen. Strukturell haben viele ostdeutsche Forschungsstandorte ähnliche Probleme wie kleinere Universitäten im Westen. Es fehlt mitunter an der kritischen Masse exzellenter Partnerinnen und Partner, um große Verbundforschung dauerhaft erfolgreich zu organisieren. Und um internationale Spitzenforscherinnen und Forscher zu gewinnen, muss der öffentliche Einsatz für ein kulturelles Klima der Neugierde, der Weltoffenheit und der Fremdenfreundlichkeit weiterhin intensiviert werden. Noch ist auch dieser Einsatz eine gesamtdeutsche Aufgabe und gerade auch eine Gemeinschaftsaufgabe der Wissenschaften. Forschungsförderung als Gemeinschaftsaufgabe. Dieses Motto gilt also unvermindert. Es gilt recht besehen für die DFG schon seit Gründung ihrer Vorgängerorganisation vor exakt 100 Jahren und seitdem als Prinzip einer eben nicht politisch motivierten, sondern wissenschaftsgeleiteten Fördermittelvergabe. Diese Förderpraxis braucht das Miteinander der Forschenden und die seit jeher grenz- und systemüberschreitende Begeisterung für neue Erkenntnisse. Wie universell dieses Miteinander ist, sieht man unter dem Eindruck der Corona-Pandemie dieser Tage auch an den globalen Forschungsbemühungen und Abstimmungen. Dass nun hierzulande das 100-jährige DFG-Jubiläum mit dem Wiedervereinigungswunder vor 30 Jahren zusammenfällt, unterstreicht, dass für die Freiheit der Forschung immer wieder zu streiten ist, egal wann und wo. Wissenschaftsfreiheit ist niemals einfach gegeben. Sie braucht unser aller kontinuierliche Unterstützung. Die DFG wird diese Freiheit auch weiterhin materiell ermöglichen und ideell fördern. Jeder Beitrag, sie in die Gesellschaft zu tragen und zu festigen, lohnt alle Anstrengungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017